Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben uns heute auf dem Weg nach Stichlinien gemacht, um ein paar neue Bilder zu shooten. Natürlich haben wir uns den besten Tag ausgewählt bei 36 Grad in der prallen Sonne. Aber was muss, das muss, das habe ich auch besorgt. Und ich habe jetzt auch endlich eine GoPro und wir konnten unter Wasser was shooten. Ihr seht euch ein Bild, was entstanden ist, zum Beispiel. Abgerundet wurde der Abend noch mit einer günstigen Runde vorgeist. Und schaut mal bitte, wie schön dieser Regenbogen war. So pretty!